Ich würde gern gebombst. Ich will da gerade aufgeschauen. Ich warte auf euch, weil wir wissen, ob wir da auch einstehen können. Wenn wir da einstehen können. Ja, das ist schon. So. Ja, jetzt glaube ich dafür boxen, der Lustiger. Danke. Haben wir die jetzt umgebracht, oder? Ja, dann noch lege ich. Ups. Das war so aber nicht geplant. Die haben sich gegenseitig schon ziemlich gradiert. Das heißt schon, oder? Gott, dann war das so nicht geplant. Mit mehr Schuss. Oder wie viel warnt denn da? Was, ich nicht. Der Liviano, da liegt der M13 noch. Mit mehr Schuss. Da liegt der M4. Ja, das ist Schluss. So liegt der Grauer. Ja, das ist Schluss. Die M4 nicht wegnehmen. Ja, wir gucken auf den Grau. Hier haben wir die M4 wegnehmen. Wer dran? Der Schuss hat sich nicht mehr an das, oder? Der ist ja ein 4er-Team. Der Schuss hat sich nicht mehr an das, oder? Der ist ja ein 4er-Team. Der ist ja ein 4er-Team. Der ist ja ein 4er-Team. Geh hinten rein Einen Schildbrake Down Da oben ist einer Schildbrake Einer am Taktik ist down gegangen Eliminiert Einer ist runtergekupft von da Marcel der ist runtergekupft Wenn er zum Auto geht ist er hin Wenn er zum Auto geht ist er hin Nein nein der ist der Vieringren Am Taktik Londoner Oh Wahnsinn Eliminiert Danke Der ruht gerade runter Ja hab ich gesehen gehabt Auf euch zugeschaut Wie oben gefallen ist Hat er keine Chance gegen unsere Charakter Alter wir wollen ja sterben Was ist da jetzt so Jetzt haben wir das beste Play Ever Ich bin ein Vieringren und Radierung ist weg Was hinter uns ist leider Da drin Kurde lassen sich alle sterben Was auch auszubringen Da oben am Taktik beschisst mich schon Ich hab keine Sicht Ja 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 Schildbrake Schildbrake Oder Da Ich geh rein Da haben sie einen Kalt links Hit Spy Station Ja hab ich Auch da ein Hit von mir Ok ich bin gleich Der trifft mich wieder mit einer Grau oder so Das war so richtig super Sichern Bill Da Abfahrt den für dich Der ist innen da dran Der ist ein Nuller der Motorrad oder Der landet da Hinten Ah hat Hits Hat aber ein paar gute Hits gekriegt Den gesunken Was ist da noch eins Bin unterwegs Ah da Ja der wird kürzer Sind die da vorgegangen? Oder sind die das paar Gebäude rein? Der ist einer Der ist einer Da Da kann er oben raus Ja oder Oder dahinten Und wenn er da steht hat er ein Problem Ja ich glaub das wäre Kopf Was du immer glaubst Ich hab gesagt bei mir ist ja nichts Alter ist da noch eine rein oder? Nein bei dir nein Da war einer markiert gewesen, deswegen hab ich den... Vor! Der Eifer! Schildfreak! Ja du musst durch die Mauer schießen einfach, ich will nur einen Hint durch die Mauer geben. Unten ist er, aufpassen, der ist da gerade rein gefallen. Die haben wir gut gesehen, vor mir. Z-4 gelangt. Hinten, wo wir die... wo wir die... Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-4 da oben. Oder! Einen hab ich. Ist nur einer. Einer ist oben. Da ist nix drin. Da bei mir irgendwo. Bei mir! Was machen einer? Da, ein Schildbreak, äh, finish mit der Winzer. Ja, Mann. Nein, es kommt bei dem Schildbreak. Ich... Ich bin... war schon Gulag. Sicher... Da ist noch Dino. Mir ist noch Dino. Das ist halt ein echt Ausstank. Ja, das ist ein Schildbreak. Nein, wir spielen die Runde und das Lebenswass. Nein, ich glaub das dauert... das dauert sicher. Ich glaub ja. Also da ist sicher Zeit. Warst du da ein Timer oder was rein? Bestimmt. Da wärst du da irgendeine Timer rein oder so? Nein. Steht da bei dem Spiel... bei dem Spielauswahl was? Alter, der Tonne kommt gar. Wenn du in Warzone rein gehst und... Du musst komplett raus gehen. Da ist alles. Wo du... Du switchen kannst zwischen Warzone und Mehrspieler. Dann gehst du gleich in Warzone rein und dann kommt nur mehr das. Du kannst nix anders machen. Außer wie... Das eine auswählen. Ja. Schau, dass wir sie bewegen. Waren sie daschen, ob sie solle? Ich hab eine. Ja. Kannst du alles nehmen, was du drückst. Gasmasken scheiße. Die war geschickt gewesen. Die... Ich hab eine auf. Warzone ist eh nicht so schlecht weit weg. Und sie kommt gleich. Warum wir schießen? Schießt ihr auf die? Nein, beide beiden schießt uns aufeinander. Da hinten drin ist. Von Quart da fuhr nichts an, oder? Drohne interessiert mich. Aufpassen. Es gibt am Samstag immer noch viel Leid, wenn man soll. Ja. Was werden? Werner wieder runter? Uuuuuhhhhhh. Ich 4... Ich 4 töte. Ein Hit. Recht von mir wird geschossen. Recht von mir kommt was. Nein, du bist zu weit drüben. Die sehen von da nicht wirklich viel außer mit der Sniper. Können wir da aber nicht von helfen. Pop an! Guck, man steht gleich auf links rum. Bei dir sind es 4 Leute. Ich weiß. Rechts von mir ist aber... Die Zone. Und dann markiert. Da im Haus. Die schauen aus dem Tier raus. Da hast du ihn. Jawohl. Ja. Na komm. Einer ist aus. Komm. Ich triefe ihn einfach nicht. Was tut das? Jetzt. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ich glaube, dass da gerade eine Baum hängt, oder? Hinter dem Baum sitzt einer. Einer. Einer Karo. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. Aufpassen. Kommt bei dem Baum nicht vorbei, oder? Ja. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. Bei unserer Kisten. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. Einer nachgefahren. K.O hinter der Kisten! Abschluss bestätigt. Scheiße! Ein gefinisht. Was hält, wo bist du jetzt? Hinter dem LKW liege ich. Ich komm. Wer hat er erwischt? Da, da, geradeaus, von mir aus. Weg zum Kisten. Hinter dem Mistkippe. Ich hab grad gesehen. Ich hab dich. Du kannst einfach nicht springen wegen der Gasmasken, Alter. Einfach von vorne. Aufwärm. Danke! Schön. Der letzte? Team? Ja, Team ausgelöscht. Sehr schön. Ich brauch Geist. Jawohl, der Geist. Bleib bei mir ein Loder, das ich hab. Panzer, Panzerungskisten hab ich aufgenommen. Falls du eine Panzerungskisten brauchst. Ich hab Panzerungskisten. Ich bin LMG. Falls du die neue... Gasmaske? Gasmaske hab ich. Ich hab eine. Mega, falls du noch eine brauchst. Ich hab eine. Pushen wir gleich auf, oder? Doch, landen wir mit dem Endkampf. Wir sind nur fünf... ...teams. Da, vorhin, hab ich gerade gesehen auf dem Radar. Da hinten ist er gelandet, gerade. Ja, holt den Sieg. Ich bin sicher. Jetzt hören wir doch einen Sieg und dann schauen wir sich das an, Alter. Warte, die sind genau vor uns, ober uns. Gebt eine Angelegenheit. Gehen wir doch auf rechts. Gehen wir doch auf rechts. Gehen wir doch auf rechts. Gehen wir über rechts drüber. Gehen wir aufpassen, ob wir die von hinten rauskommen. Vorneinander oben. Vorneinander oben. Vorneinander. K.O. 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 Oh-99 Obermäßig ist noch was. Ausgelöscht. Noch was von mir? Kein Franco ist hinter uns auf jeden Fall. Irgendwelosnippt rechts? Snippt rechts, Wicker. Ich weiß nicht wo. So haben wir uns noch was? Haben wir uns glaub ich noch was Ich hab ein Gasmasken, glaub ich kann oben Ich sicher mal wenn der Owe hüpft Zwei Teams, Viererteam gegen uns Zwei Viererteams gegen euch? Ja, nein, ein Vierer gegen uns Sonst ist nichts mehr Für uns Siegern wir Haben Kannst du markieren? Der andere ist da hinten Ah, Siegern Ein Hits Boah, bin da Einer Knock Eines Knock von denen Marcel Rentier Zweiter Knock von denen Ja! BANG! War so ein Sieg, Leute Alter Alter, zwei mit Sniper Sowas von den Kopfklöster am Schluss jetzt Ja, was, der Knock war von mir hinten Ja, der zählt Der zählt Der zählt, der Domm ist sein Armer auch noch, oder? Oder nimmer? Die Domm ist sein Armer dabei, das wird uns interessieren Nein, er ist nicht dabei Nein, er ist gerade nicht eingestiegen in die Partie Nein, wir haben vier Jahre zu dritt gewohnt, wirst du das eh? Die waren urlost, ich bin aus dem Gas hinten raus gekommen und einen ins Kreuz grennt Ja, was glaubst du warum? Die, die das Live-Event sehen wollen, die spielen wahrscheinlich gar nicht Wahrscheinlich Die Pros Weil die haben am Anfang das erst auf den Mikkel gesnapt Ja, auf mich haben sie zuerst geschlossen gehabt, den einen habe ich weggesnapt Dann habe ich gesehen, wo sie sind und bin hinteren ins Gas rein und bin in den Kreuz grennt So gewinnt man wieder, so gefällt mir Das war's Das war's